Wie dokumentiere ich Hausanschlüsse, nicht begehbare Bereiche und Mängel? Im letzten Video hatten wir uns angeschaut, welche Möglichkeiten die Schnellerfassung während einer aktivierten Prüfung bietet. Diese nutzen wir jetzt, um zunächst einen geprüften Hausanschluss zu dokumentieren. In der aktivierten Prüfung klickt ihr oben links auf die Schaltfläche Hausanschluss geprüft. Diese Schaltfläche ist jetzt aktiv und ihr könnt mit einem Klick an der entsprechenden Stelle in der Karte einen geprüften Hausanschluss dokumentieren. Sollen weitere Details zu diesem Hausanschluss mit dokumentiert werden, könnt ihr den Hausanschluss über die Schaltfläche Selektion auswählen und im Infobereich an der rechten Seite auf das Stiftsymbol klicken. Ihr gelangt dann automatisch zum Objekteditor und könnt dort beispielsweise Fotos zu diesem Hausanschluss hinterlegen. Diese Möglichkeit ist sicherlich interessanter, wenn ein Hausanschluss nicht geprüft werden kann. Dafür kann das verschiedene Gründe geben. Beispielsweise war das Grundstück nicht zugänglich oder es war niemand erreichbar. Wenn ihr diesen Fall habt, wählt ihr die rote Schaltfläche oben links aus und setzt an der entsprechenden Stelle in der Karte einen ungeprüften Hausanschluss. In dem Fall öffnet sich automatisch ein Fenster, um weitere Informationen einzugeben. Zum Beispiel den Grund, warum der Hausanschluss nicht geprüft werden konnte. Hier bietet es sich an, ein Foto zu hinterlegen, was ihr dann wieder über die Selektion und den Objekteditor macht. Wenn ein ungeprüfter Hausanschluss am nächsten Tag bei der Zweitbegehung geprüft werden kann, könnt ihr dies ebenfalls dokumentieren. Dazu wählt ihr den ungeprüften Hausanschluss über die Selektion wieder aus, klickt rechts im Infobereich auf das Stiftsymbol zum Bearbeiten und gelangt wieder in den Objekteditor. Dort könnt ihr nun das Datum der zweiten Begehung eintragen, den Hausanschluss als geprüft markieren und die Angaben speichern. In der Karte wird der zuvor rot markierte Hausanschluss nun grün dargestellt und erhält eine kleine 2 als Hinweis dafür, dass er zweimal begangen werden musste. Auf die gleiche Art und Weise wie ungeprüfte Hausanschlüsse könnt ihr auch nicht begehbare Bereiche und Mängel unterschiedlichster Art in der Prüfung dokumentieren und mit weiteren Informationen, zum Beispiel Fotos, ergänzen. Okay, im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie man eine Leckage über die Schnellerfassung dokumentiert.